Meine Lieben, es gibt wichtige Konstellationen, auf die ich euch wirklich hinweisen muss, also wirklich ist in meiner Verantwortung und deswegen schaut euch jetzt dieses Video an, denn hier kann jetzt ganz viel passieren, ganz viel schief gehen und deshalb jetzt das Video schauen. Ich will jetzt auch gar nicht so lange um den heißen Brei rumreden, Leute, denn wir haben ein Stelium in den Fischen, ein Stelium bedeutet in der Astrologie immer, dass viele Planeten sich in einem Zeichen sammeln und das müssen wir uns mal anschauen, auch wie die weiter wandern, denn da kann jetzt ein bisschen was passieren und das schon in den kommenden Tagen und deshalb müsst ihr hier gewarnt sein. So, ich zeige euch das mal, hier ist das Zeichen Fische, dann ist es ja dreigeteilt in eben die drei Wasserzeichen mit ihren herrschenden Planeten, Neptun, Mond und Pluto, analog Fische, Krebs und Skorpion und hier ist es so, wir haben die Venus hier drin stehen, wir haben den Saturn, wir haben im Moment die Sonne noch in den Fischen stehen und den Neptun. So, jetzt haben wir als erstes natürlich hier die Sonne, die auf den Neptun zuläuft, ja. Also erstmal dieses Zeichen Fische ist ein sehr anspruchsvolles Zeichen, sagen wir es einfach mal so, ja, denn es hat einfach unglaublich, unglaublich viele, ja, viele Seiten, möchte ich sagen, ne, und eben halt auch, dass es Dinge so ein bisschen verwässern kann, ja. Das ist so eine typische Fischereigenschaft, die das hier tun kann, die das hier natürlich auch macht, ja. Und da wird es natürlich gerade im Moment so eine Phase sein, wo man halt manche Dinge nicht ganz so klar sieht, wie sie vielleicht sind, ja. Und da müssen wir jetzt einfach ein bisschen uns das ganz genau anschauen, ne. Denn, wie gesagt, wir haben ja jetzt auch den Neptun im eigenen Zeichen stehen, ja. Also das kommt ja nun mal auch dazu, dass der Neptun da drin steht. Das heißt, viel Träumerei ist dabei, aber wir können, werden auch viel beeinflusst, ja. Dann haben wir einen großen Hang. Der Neptun, wenn der jetzt natürlich hier steht und dann noch in diesem Pluto, mit dieser Pluto-Färbung mit dabei ist, dann haben wir hier natürlich auch oft einen Hang zu Genussgiften oder Ähnlichem. Also auch das ist durchaus hier immer eine Sache, die ganz stark mit einhergeht. Und selbe ist natürlich auch bei der Sonne, ja. Also wir haben hier ganz große Stimmungswechsel, die da sind. Wir wirken vielleicht verschlossener als wir sind. Wir haben innere Hemmungen, ja. Und dann kommt eben dazu, dass sich diese zwei doch sehr wichtigen Planeten halt aufeinander zu bewegen, ja. Und das ist dann überhaupt mal gar keine schöne Geschichte, denn das haben wir zwar einmal im Jahr, aber jetzt haben wir es halt nun mal. Und da werden wir eher die Dinge negativ sehen. Wir werden eine Schwäche haben, dass wir manipuliert werden. Also unsere aktuelle Durchführungskraft ist gehemmt, ja. Hang zu Genussgiften, Selbsttäuschung, ja. So enorme Stimmungsschwankungen, die wir da haben werden, ja. Wir können von anderen Personen extrem ausgenutzt werden in dieser Zeit, ja. Wir können mit Personen ganz große Enttäuschungen erleben, ja. Und eine klassische Verwicklung in Skandale haben, ja. Also es wird jetzt auch definitiv vielleicht für uns mit dem, die ich mich ja jetzt auch mit so dem Thema Gossip beschäftige, wird vielleicht der ein oder andere Skandal noch aufpoppen, ja. Und das ist natürlich, ja, vielleicht für die Sache ganz schön, aber wir selber wollen ja bitte skandalfrei bleiben oder skandalfrei durch die Welt gehen. Das wäre natürlich wünschenswerter, ne. Und dann haben wir den Saturn da drin stehen. Der zeigt an, auch gerade eben, weil er im emotionalen Feld vom Mond steht, zeigt dieser, ups, das wollte ich nicht, wollte hier auf den Saturn, zack. So, dass ihr das seht. Also, ich habe nämlich extra mal die Maus mit eingeblendet. Ich glaube, dann sieht man das ein bisschen besser, wovon ich spreche. So, da haben wir eine gewisse Zurückhaltung, so ein sehr, es strengt uns alles sehr an, ein bisschen unglaublich, ähm, durchaus auch Depressionen können hier aufkommen. Und ein Kampf mit Gegnern, der uns emotional belastet, der kann hier halt auch jetzt anstehen, ne. Und wenn die Venus in die Fische geht, dann ist das natürlich zum einen eine schöne Sache für alles Künstlerische, ja. Auf der einen Seite, aber enorm beeinflussbar, ja. Und das kann, damit kann auch so ein bisschen, ähm, eine Sorglosigkeit einhergehen, aber auch eben ein ausgeprägteres Triebleben da sein und ein Mangel an Selbstbeherrschung. Und jetzt wandert die Venus auf den Saturn zu. Das passiert auch einmal im Jahr. Also, es ist jetzt nichts, wo ich sage, oh, das kriegen wir nur alle ein paar Jahre mal. Nein, so ist es nicht, Leute. Aber mit diesen Täuschungen oder mit diesem Täuschungsaspekt hier kommt eben jetzt auch dieser Venus-Saturn-Aspekt dazu, ja. Der zeigt Eifersuchtszenen, Ernüchterungen, Trennungen, Liebestrennungen, Schwierigkeiten im Liebesleben, ja. Ja, ähm, unbefriedigt sein. Also, man fühlt sich ja unbefriedigt, ja. Nicht geliebt, auch erotisch nicht geliebt, ja. Ähm, das ist, ähm, man quält sich selber. Es kommt eine große Eifersucht hier mit einher. Ja, und das wird uns emotional ziemlich, 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 ja, ähm, mästen, möchte ich fast sagen, ja. Also, es ist einfach so, ne. Ja, und das seht ihr in der Bewegung jetzt, dass das natürlich, zack, da haben wir es dann auch ganz exakt am 21. März ist zumindest diese Konjunktion da. Und kurz davor, ähm, 16.17. haben wir die Sonne mit, mit Neptun. Und jetzt ist es ja so, dass dann auch noch unsere Energie weiter etwas flöten geht, weil dann nämlich am 22. März der Mars ebenfalls in dieses Zeichen Fische geht. Das heißt, das Stelium, ähm, in den Fischen, wo wir, wo die Sonne ja jetzt raus ist, kommt, aber jetzt halt auch noch der Mars dazu. Und das, meine Lieben, wird unsere Energie erstmal richtig, richtig hemmen, ja. Ähm, das muss man sagen, ne. Das ist ein Kampf um Anerkennung, ne. Das ist, ähm, nochmal eine Vorliebe für alles, was Genussgifte sind. Das ist aber auch eine Unbeherrschtheit, eine Unzuverlässigkeit im Liebesleben. Also, diejenigen von euch da draußen, die bisher in On-Off-Beziehungen sind und da stattgefunden haben, und da wird sich das Ganze definitiv noch einmal verstärken. Und dann kriegen wir halt aber das dann erst am, ähm, am 10. April nochmal die Konjunktion mit dem Saturn. Da spreche ich dann aber nochmal drüber. Aber das sind mal im Moment zumindest diese ganz, ganz, ganz wichtigen Aspekte. Was halt hier noch, ähm, noch sein wird, ist jetzt halt auch am 15. Macht der Saturn eben auch noch mit dem Mond eine Spannung. 15. oder 16. Da kann es uns emotional richtig kalt erwischen. Leute, keine, keine schöne Aspektion, ja. Das muss ich jetzt einfach, einfach schlicht und ergreifend so dazu sagen. Das ist keine schöne Aspektion. Und da müssen wir uns auch ein bisschen einmitten. Weil parallel dazu ist es so, habe ich es jetzt richtig eingeblendet? Ja. Dass wir den Merkur im Widerstehen haben. Und, ja, Leute, der Merkur im Wider, der macht uns gerade dann in dem Abschnitt der Sonne unglaublich egoistisch. Der bringt die Dinge sehr klar auf den Punkt. Da haut man auf den Tisch und haut auch mal was raus, was man vielleicht dann auch später irgendwann mal tatsächlich bereut. Und was nicht wirklich positiv auf einen zukommt. Und dann wird er ja auch noch rückläufig. Also wir gehen ja dann auch nochmal in die Rückläufigkeit, nächste Rückläufigkeit vom Merkur rein. Dann können wir auch die Dinge erstmal gar nicht wieder abändern, die wir da so, wo wir so rausgeplatzt sind mit, ne. Also das ist jetzt einfach die ganz, ganz, ganz große Gefahr in diesen kommenden Tagen. Wir müssen uns darauf einstellen, dass wir hier etwas ruhiger werden. Dass wir vielleicht auch, wir können natürlich auch unter Sonne, Neptun auch Dinge entdecken beim Partner. Vielleicht auch einen Betrug aufdecken. Oder wo wir uns, wo wir angelogen worden sind, auch in einem geschäftlichen Umfeld und so weiter, ist es durchaus möglich, dass wir hier jetzt sozusagen die Dinge enttarnen. Und das kann aber natürlich auch super ernüchternd sein. Also deshalb ist es ungemein wichtig, hier jetzt eine gewisse Stärke zu haben. Und stellt euch da drauf ein. Und lasst euch auch nicht verführen, ne. Auch wenn ihr jetzt so das Gefühl habt, dass da wirklich so das Gefühl aufkommt, gerade mit Venus, Saturn, oh ich fühle mich einsam, fühle mich allein, oh ich kriege eh keinen mehr. Also in die Stimmung solltet ihr wirklich nicht reingehen. Schiebt die weg. Wir haben gleichzeitig noch den Portal Korridor, der Donnerstag losgeht. Das sind ja auch nochmal 10 extreme Tage, die das nochmal, die allerdings für das Liebesleben sehr förderlich sind. Wenn ihr bei mir in der Energiearbeit dabei seid, da könnt ihr euch über WhatsApp anmelden. Und wir haben ja auch dann morgen 19.30 Uhr nochmal ein Beratungs-Live. Und alle, die im WhatsApp-Verteiler sind, es gibt ein tolles Angebot für morgen. Das kriegt ihr morgen früh geschickt von mir. Und dann sehen wir uns morgen Abend live. Und ich freue mich drauf. Bis dahin, euer Malkiel.